Glück auf meine Kumpel Malocha, herzlich willkommen hier bei eurem Lieblings-Schalke-Podcast, Königsblau im Ohr. Und heutige Themen sind ganz kurz aufs letzte Spiel schauen, wir sind ja jetzt auch schon in der Woche etwas weiter. Nicht am typischen Montag kommt die Folge, sondern diesmal am Dienstag. Dann besprechen wir ganz kurz noch über die neuesten Transfergerüchte, da sind in der letzten Woche und auch in dieser Woche ein paar Namen kursiert. Dann gab es einen Bericht über die Mannschafts-Hierarchie, den ich ganz interessant fand. Dann gehen wir auch schon ins nächste Spiel rein. Gibt es eine kurze Folge, diesmal eine Express-Folge, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Das war die wichtigste Frage bei uns, ja. Ja, denn wir beide waren zu Gast beim Der Schalker, beim Francesco und nehmen jetzt quasi nach dem Live von Francesco hier diese Folge auf. Wenn euch da, sag mal, gerade auch zum letzten Spiel unsere Meinung da nochmal im Detail interessiert, schaut da gerne bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbei. Live müsste da auch zu finden sein, den link ich hier auch unter dieser Folge. Ja, und dann grüße ich wie immer unseren S04-Experte Luca, wie geht es dir, mein Bester? Ja, Glück auf, mir geht es super. Das Spiel war ja so ein kleines Auf und Ab, aber abgesehen davon ist eigentlich alles super. Hab jetzt auch morgen endlich mal wieder ein schönes Ereignis, mein Opa hat Geburtstag. Wird dann wahrscheinlich auch wieder ein schönes Familienessen geben. Und ja, deswegen, mir geht es super soweit. Kleine Sache noch, die wir ja sonst oft mal vergessen, lasst gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eine Bewertung da auf dem Spotify-Player oder auch auf allen anderen Podcast-Playern. Und auch auf Cedrics' Kanal natürlich ein Abo da lassen, ganz wichtige Sache, damit ihr da auch nichts verpasst. Und ja, ansonsten, wie geht es dir, Cedric? Mir geht es auch gut. Wetter wird jetzt kalt, glaube ich, noch ein paar Tage und dann soll es auch wieder richtig warm werden. Ja, das Spiel war jetzt nicht so super, kommen wir ja gleich noch zu, aber die Tabellensituation ist auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv. Und weil du es angesprochen hast mit den Bewertungen, wollte ich auch nochmal Danke sagen. Die sind nämlich auch wieder ein bisschen in die Höhe gegangen. Also bei Spotify mittlerweile bei 73. Unser Ziel ist ja, die 100 vollzukriegen. Wenn ihr es so nicht gemacht habt, haben wir kurze Bewertungen in zwei Sekunden gemacht. Und dann schauen wir, dass wir die Bewertung da auf 100, 04 Bewertungen hochkriegen. Und dann haben wir was gemacht, dann haben wir was geschafft, dann bin ich zufrieden. Dann sagen wir es auch gar nicht mehr. Dann ist alles gut, dann habt ihr euren Teil erschöpft. Dann nerven wir euch nicht mehr. Wenn ihr das wollt, dass wir das nicht mehr sagen, macht die 104 Bewertungen voll. Und dann sind Cedric und Luca zufrieden. Dann ist nächstes Ziel 19, 04. Aber dann wirklich. Aber dann wirklich. Cool, dann lass rein starten mit dem Spiel. Genau. Ich gehe mal kurz im Schnelldurchlauf meine Sicht zum Spiel durch. War eine gute Anfangsphase. Auch mit einem guten Abschluss von Karaman an die Latte. Dann sind wir mysteriöserweise eingebrochen. Spätestens beim Tor von Elversberg, wo die Abwehr und insbesondere Kaminski geschlafen hat. Dann war wirklich gar nichts mehr. Elversberg war wirklich sehr, sehr gefährlich. Off vom Tor. Müssen uns bei Müller bedanken. Auch am Aluminium, dass wir da nicht tiefer unter die Räder geraten sind. Dass es wirklich beim 1-0 geblieben ist. Dann kam Keke Top rein, der nochmal frischen Wind nach vorne gebracht hat. Hatte eine gute Chance gehabt. Und dann macht er auch das 1-1. Und hinten raus gab es noch eine Elfmetermöglichkeit für uns. Ein Handspiel, das nicht gegeben worden ist. Wo wir vielleicht sogar glücklich mit einem 2-1 vom Platz gehen könnten. Aber letztendlich wäre das total unverdient gewesen. Und wir können uns auch mit dem 1-1 sehr, sehr glücklich schätzen. Und ja, war ein schwaches Spiel von uns. Aber ein wichtiger Punkt im Abschiedskampf. Wie siehst du das? Ja, also allgemein betrachtet war es definitiv ein schwaches Spiel von uns. Für ein Auswärtsspiel muss man ja fast schon sagen, war es ein solides Spiel. Da gab es schon einige deutlich schlechtere Leistungen. Aber ich finde auch, bei so einer wirklich stabilen Anfangsphase, die wir da hatten, kann man eigentlich erwarten, dass man dann nicht nach so einem Gegentor komplett einbricht. Sondern wirklich dann zeigt, okay, wir wollen es trotzdem. Wir wollen hier das Spiel irgendwie für uns entscheiden. Und dass dann da erst der 20-jährige Keke Top eingewechselt werden muss. Damit da die Stimmung mal ein bisschen aufkommt. Okay, wir schaffen das. Wir können hier das Spiel noch drehen. Finde ich wirklich ein bisschen schwach von den Spielern, wo du eigentlich erwartest, dass die da vorangehen und zeigen, kommt Jungs, wir holen das. Weil wir hatten dann wirklich dann nach dem Gegentor mindestens mal 15 Minuten, wo Elversberg wirklich hätte uns ein Tor nach dem anderen drücken können. Da hatten wir dann wirklich teilweise einfach Glück, dass wir Marius Müller am Tor hatten. Dass die Elversberger Spieler nicht konstant im Abschluss waren. Weil das hätte sonst auch definitiv da schon 2-3-0 stehen können. Und dann hätte das Tor von Keke Top auch keinen Unterschied mehr gemacht. Deswegen bin ich da voll bei dir, sind wir da noch ganz gut rausgekommen mit dem Unentschieden. Ja, und Keke Top haben wir ja zum letzten Podcast gesagt, er muss spielen. Und wir hatten ja aber auch schon die Prognose abgegeben, dass wir eher nicht denken, dass er spielt. Kam dann auch letztendlich so. Und ich hoffe, dass der Gerrits jetzt gelernt hat. Und wir kommen ja noch zur Ausstellung fürs nächste Spiel. Aber dass wir dann da den Keke Top wieder sehen. Weil wie du gesagt hast, der Junge hat es den anderen so vorgemacht. Und da kommen wir aber gleich drauf. Ja, wie gesagt, dann machen wir hier mal den Schnelldurchlauf zu und kommen zur Tabellensituation. Denn da hat sich auch einiges getan. Wir haben nämlich den Platz abgegeben an Magdeburg. Die jetzt punktgleich mit uns sind. Beide mit 36 Punkten. Lustigerweise Nürnberg mit 37 Punkten ist ja direkt in Schlagdistanz. Wenn wir jetzt das Spiel unentschieden spielen bei einer gleichzeitigen Niederlage von Nürnberg, überholen wir die einfach. Das hätte ja vor Wochen keiner erwartet. Ja. Genau, die haben eine Tordifferenz von minus 18 bei 37. Nürnberg, Magdeburg minus 4 bei 36 Punkten. Wir stehen am 13. Platz mit minus 10 bei auch 36 Punkten. Und dann geht es runter nach Braunschweig. Die, die gewonnen haben, dadurch sind die jetzt ein bisschen rangekommen. An uns sind aber immer noch zumindest mal zwei Punkte bei minus 8 Tordifferenz. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Vorsprung gegenüber Wehen. Von sehr, sehr komfortablen vier Punkten. Und das ist immer noch nicht der Relegationsplatz bei minus 9 Toren. Denn Hansa Rostock noch mal einen Punkt mehr. Und mit minus 23 auch eine klar schlechtere Tordifferenz. Rostock auf dem Relegationsplatz und noch mal einen Punkt mehr. Abstand, dann sind wir schon bei sechs Punkten. Plus schlechterer Tordifferenz, die aber noch eingeholt werden kann mit minus 13. Lautern und Osnabrück spielt für uns keine Rolle mehr. Wir haben 24 Punkte. Wir haben jetzt 36 Punkte. Da wird in vier Spielen nichts mehr passieren, dass sie uns einholen können. Und was man natürlich sagen muss, jetzt werden es ja immer weniger Spiele. Wenn die Situation so bleibt und vielleicht auch im nächsten Spiel dazu bleibt, sind es dann nur noch neun Punkte, die vergeben werden. Und da kann man halt so einen Vorsprung auch sehr, sehr schwierig aufholen. Gerade wenn auch sehr, sehr viele Mannschaften hinter dir sind, ist das echt eine gute Position. Und ja, wie ist deine Einschätzung so zur Tabelle? Ja, also die Ausgangslage ist wirklich sehr, sehr ordentlich für uns. Das muss man wirklich mal sagen. Also wir stehen mit 36 Punkten da. Die Zeit und auch die Spieltage gehen jetzt immer mehr in unsere Richtung. Das heißt, wenn ein Spieltag vorbeigeht und wir punkten, dann ist es eigentlich wirklich ein gewonnener Spieltag für uns. So oder so, weil wir einfach vor den anderen Mannschaften stehen. Und das ist ja aktuell auch noch relativ deutlich. Ich glaube, die einzige Situation, wie es jetzt wirklich noch mal relativ knapp werden könnte, ist jetzt von Düsseldorf wirklich 2-3-0 verlieren und Rostock und Lautern gewinnen. Dann muss man sich noch mal ein bisschen Gedanken machen. Ich glaube aber, wenn du jetzt gegen Düsseldorf gewinnst und Rostock und Lautern holen vielleicht noch unentschieden, dann ist das eigentlich mehr oder weniger schon durch. Dann sind wir fast schon sicher in der Klasse geblieben, weil wir dann einfach 39 Punkte haben. Rostock hat ja dann 32. 7 Punkte müssen die dann auch erstmal holen in 3 Spielen, die dann auch übrig sind. Und wir dürften halt keins mehr gewinnen. Deswegen irgendwie diesen Sieg holen, im besten Fall noch ein Unentschieden. Dann hast du die Klasse eigentlich gehalten. Deswegen ist die Ausgangssituation eigentlich wirklich sehr, sehr gut für uns. Und ich meine, die Tendenz, vor allem auch bei Lautern, spricht jetzt aktuell auch nicht dafür, dass die jetzt wirklich noch mal einen Lauf starten. Obwohl wir ja beide uns eigentlich auch wünschen, wenn Schalke die Klasse, dass Lautern das auch tut. Aber wenn man nur auf Schalke blickt, muss man wirklich sagen, ist es seit Wochen die beste Ausgangslage, die wir bisher hatten. Ja, die Tendenz finde ich auch wichtig, die mal zu erwähnen. Also wir, wenn wir jetzt wirklich die letzten vier Spiele gucken, die ja noch zu gehen sind, sind wir sogar ungeschlagen. Mit dem Sieg gegen Nürnberg auch ein Dreier geholt. Wehen Wiesbaden, die letzten vier Spiele sieglos gewesen. Kann sogar die letzten sechs Spiele auspacken und sind immer noch sichtlos. Bei Rostock ist es tatsächlich so, in den letzten vier Spielen ein Sieg, aber drei Niederlagen auch. Das heißt, die würden auch maximal drei Punkte holen, wenn es noch mal so kommen würde. Und bei Lautern ist es tatsächlich auch so, die letzten fünf Spiele ohne Sieg und von den letzten vier Spielen drei verloren. Also selbst wenn die da ein bisschen besser punkten würden, dann würde es immer noch nicht reichen, um den Vorsprung, den wir da geschaffen haben, aufzuholen. Und wir haben ja diese bessere Tendenz von ungeschlagenen Spielen. Das heißt, wir werden auch zumindest mal punkten oder vielleicht sogar hier und da mal ein Dreier holen. Das wird schwierig, da für die Konkurrenz aufzuholen, wenn die Tendenz so bleibt. Ja. Okay, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Und ja, wir sind bei zehn Minuten. Also es ist wirklich expressvoll. Es läuft gut bisher. Mal schauen, wie schnell wir den Podcast hinkriegen diesmal. Würde mich auch natürlich interessieren, ob das bei den Zuschauern besser ankommt, wenn es ein Express ist oder nicht. Könnt ihr ja auch mal reinschreiben, falls es dabei bleibt. Aber ich mache direkt weiter, um keine Zeit hier zu verlieren. Und das sind die Transfers, die jetzt so ein bisschen im Raum stehen. Wir hatten in der letzten Folge Donkor so ein bisschen mit reingenommen, der da als ablöserfreier Spieler gehandelt ist. Sehr, sehr schneller Spieler, der vom Konkurrenten Braunschweig kommt, eher für eine Fünferkette. Dann haben wir hier einen weiteren Namen. Das ist Marc Gervogian. Gervogian soll wohl aus der Zweinliga in Österreich zu uns wechseln. Ablösefrei, außer auf einer Vertrag. 18 Jahre jung nur. Talent. Ich meine, mit Greimel hatten wir jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht. Lag aber, glaube ich, nicht so am Spieler, sondern eher daran, dass er sehr, sehr viel verletzt gewesen ist. Dann haben wir ein Thibaut Verlinden, auch aus Belgiens zweiter Liga. Der hat aber sehr, sehr gute Stats. Nämlich in 28 Spielen, 5 Tore und 10 Vorlagen. Das ist nicht so schlecht. Spielt links außen. Hat auch sehr, sehr viele Nationalmannschaften in Belgien durchgenommen. Soll wohl etwas unter einer Million kosten. Und dann haben wir noch einen Spieler und der in der ersten belgischen Liga. Das ist William Balikwischer. Der ist 24 Jahre alt, spielt im offensiven Mittelfeld. Hat jetzt bei Standard Lüttich zuletzt nicht so viel gespielt. Muss aber auch dazu sagen, Standard Lüttich ist ja eine Mannschaft, die auch international mit dabei ist. Schon eine der besten Mannschaften in Belgien. Und ihm wird nachgesagt, dass er ein super Spieler ist, aber das nicht immer zeigen kann. Da fehlt die Konstanz. Und ja, würde mich mal interessieren, inwieweit da was dran ist. Inwieweit du glaubst, dass die Spieler kommen könnten. Und was so die Namen für dich so aussagen. Muss ja nicht jeder kommen, aber was diese Namen einfach so geben. Wenn du die vergleichst mit den Spielern, die wir zuletzt oder der letzten Transferperiode geholt haben. Also wenn ich 24 Jahre in Belgien lese, denke ich immer noch so ein bisschen zurück an die Aufstiegssaison, wo wir dann Bautas geholt haben, als er 24 war und Belgier. Aber wenn man nur darauf guckt, was das für Namen sind, Nationalität natürlich auch, in welchen Ligen die spielen, dann merkst du schon, dass Wilmotz auf jeden Fall der Sportdirektor ist und da auch seine Ideen aktuell einbringt. Weil es halt einfach wirklich hauptsächlich belgische Ligen sind, in denen wir gerade scouten. Und was ich daran wirklich interessant finde, ist halt, was passiert, wenn jetzt Manga kommen sollte. Wenn wir jetzt zum Beispiel im nächsten Spiel gegen Düsseldorf gewinnen sollten und den Klassenerhalt mehr oder weniger klar machen. Und der dann vielleicht wirklich schon unterschreibt, inwieweit dann diese Namen noch relevant wären, wenn sie bis dahin eben nicht wirklich weiter fortgeschritten sind. Weil ich denke, Manga wird nochmal eigene Ideen haben. Und ich hoffe auch, dass, wenn Wilmotz diese Spieler jetzt wirklich unbedingt haben will, dass es dann abgesprochen wäre, wenn er sie kauft mit Manga. Weil man da natürlich auch leicht ihn verärgern könnte, dass da jetzt die Arbeit schon gemacht wäre und dann gar kein Budget mehr da ist für das, was Manga vorhat. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass man da ein gutes Feingefühl reinbekommt. Aber grundlegend finde ich die Spieler jetzt nicht überragend. Ich denke, oh, ich hoffe, der kommt. Aber die Spielerprofile lesen sich schon teilweise sehr interessant. Also vor allem, Herr Linden ist mir jetzt am meisten ins Auge gestochen, weil das für einen Flügelspieler schon wirklich sehr starke Statistiken sind. Wir haben 15 Scorer in 28 Spielen. Als Flügel haben wir aktuell Flügelspieler im Kader, die da ganz weit entfernt von sind. Also wenn man mal an Schulli noch denkt zum Beispiel, der überhaupt nicht reinfindet in die Saison bisher leider. Auch ein Kabadai ist ja eigentlich ein Flügelspieler, der aber die Scorer bisher jetzt auch noch nicht überragend auf den Platz bekommen hat. Der ist ganz okay dabei, hatte auch seine Tore gemacht bisher. Ich glaube, man ist jetzt bei vier oder fünf Toren stehen. Aber so ein wirklicher Scorer, der uns wirklich mit einigen Treffern und auch mit Vorlagen versorgt, hatten wir jetzt auf den Außenbahnen nicht wirklich. Und da finde ich den Nahnen schon ganz spannend. Valik Vischer, wie du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, wirklich einer, der von... Ich glaube, der wird sehr athletisch sein, der uns da auch sehr viel geben kann. So ähnlich wie ein Lassme vielleicht noch nicht konstant genug ist. Wenn man den da geschliffen bekommt, wo Gerads ja auch für bekannt war, dann kann da schon was gehen. Aber ich hoffe halt wirklich, dass man da jetzt nicht zu schnell die Transfers eintüten will und da dann sich mit Manga auch bespricht und der dann auch hoffentlich überhaupt zu uns kommt. Ja, vielleicht noch ganz kurz meine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass das so das Riesenproblem ist, zumindest hoffe ich es nicht, dass der bei Manga noch nicht unterschrieben hat. Ich glaube, der hat schon sehr, sehr viel von seinen Leuten quasi bei uns installiert. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn der jetzt... Der ist ja nicht angestellt bei Watford. Und es peilt sich ja total an, dass er bald bei uns unterschreiben wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass er quasi so im Schattenkader gerade am Erstellen ist und quasi da schon in Kontakt mit allen Verantwortlichen steht. Gerade seinen Jungs da, der da installiert hat und dass die quasi schon im Hintergrund das Ganze planen. Ich glaube, dass der... Dass die Namen auch, die da kursieren, könnte ich mir auch unter Manga vorstellen. Aber auch, dass er vielleicht in Belgien gut vernetzt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht gemeinsam mit dem Wilmotz dann guckt, okay, welche Spieler kennt der Wilmotz auch und lass uns da mal die Besten aus Belgien, die Interessantesten aus Belgien auch so ein bisschen nehmen, wo er quasi dann auch, wenn oder Wilmotz auch seinen Stempel mit aufdrücken kann. Und ja, Donko finde ich gerade interessant. So ein guter Spieler für die Kaderbreite und der bringt halt diese Schnelligkeit mit, die uns komplett abhanden geht diese Saison. Und so jemanden einfach im Kader zu haben, in so einem Profil, mit so einer Schnelligkeit, ist unter den Top-10-schnellsten Spieler der Liga. Klar wird der da auch Punkte haben, wo der vielleicht nicht überragend ist, sonst wird der ja nicht bei Braunschweig spielen. Und dann, ja, Verlinden, wie du gesagt hast, eine Menge Scorer gemacht jetzt die Saison. Ist mal auch so ein Spieler, der noch relativ jung ist mit 24, mit einem Wiederverkaufswert. Ist auch ein Spieler, wenn du bei Transfermarkt guckst, der hat jetzt eine Entwicklung auch vom Marktwert, die nach oben geht. Ist jetzt kein Spieler, der so nach unten geht, wie vielleicht ein Baumgartel oder sowas, wo du Leute holst, die quasi die beste Zeit schon hinter sich haben. Und dann vielleicht jemanden mal holst, wo du glaubst, dass der eine bessere Zeit noch vor sich hat. Der Balikwisha ist halt, finde ich, so ein komplettes Mysterium. Der wird wohl, sollte unter einer Million kosten. Bei dem ist es tatsächlich so, dass er mal Marktwert hatte, von vier Millionen Riesentalent war, ist mittlerweile dann schon 24, hat zuletzt keine Rolle mehr gespielt, ist auch ein schwieriger Charakter, ist aber auch auf einer Position, wo ich sage, da brauchen wir mal gute Spieler. Ich finde so diese Kreativität, dieser Spielwitz im offensiven Mittelfeld, seit Salah da weg ist, ist uns komplett abhanden gegangen. Hassan wird nach der Saison wechseln und da hast du gar keinen Spieler im Kader, der da irgendwie Akzente setzen kann. Wir haben mit Seguin und mit Schallenberg eigentlich eine gute Spieler so auf der 6-8, aber dieser Spieler, der mit Spielwitz auf der zentralen Position spielt, haben wir halt nicht. Da muss man gucken, ob das der Richtige ist oder ob es nicht vielleicht dann zu viel Risiko ist. Aber wenn das aufgeht und du vielleicht wieder so einen Spieler kriegst, der dann irgendwie auf vier Millionen Marktwert irgendwann kommen könnte, dann ist das aber auch eine gute Möglichkeit, da auch mal ins Risiko zu gehen. Wenn wir mal so einen Marktwert im Vergleich gucken, so von der aktuellen Mannschaft, außer Odra Oro hat da keinen Spieler nennenswerten Marktwert in der Region. Das ist ja auch so ein Marktwert, für den Bülter zum Beispiel gewechselt ist, der in der 2-Liga einer der besten Spieler gewesen wäre, wenn er geliehen wäre. Salazar genauso. Genau, Salazar auch. Von daher muss man das mal abwarten. Bin da aber erst mal, wenn ich so die Namen sehe, erst mal positiv gestimmt. Ja, also ich finde auch, dass wenn du die Spielerprofile dir einfach anguckst, dass du auch einfach diese Vorstellung haben kannst, dass es da vielleicht noch nach oben geht. Wir haben die Spieler jetzt zwar nicht selber spielen sehen, aber wenn man sich die Profile anguckt und auch darauf schaut, dass sie eben jetzt nicht der nächste, keine Ahnung, 30-jährige Stürmer aus der 2. Liga sind, die mal irgendwie 10 Tore gemacht haben, sondern wirklich mal interessante Kandidaten, die vielleicht sogar wirklich sehr stark einschlagen und dann mit 25, 26 Jahren dann zu dem Zeitpunkt dastehen, dann ist es einfach deutlich spannender als der nächste 2. Liga-Spieler, den du dir ohne Scouting wieder ranholst, wo es vielleicht funktioniert. Dann gehst du lieber mal ein bisschen ins Risiko, holst dir mal einen Spieler, der in anderen Liga ganz gute Leistungen zeigt, Talent hat und dann kannst du da halt deutlich mehr von profitieren am Ende des Tages. Hier gerade frisch reingekommen ist, Leo Cientia hat wohl eine Ausstiegsklausel von 500.000, könnte dazu uns wechseln, hat schon Interesse aus der 1. und 2. Liga. Das wäre auch ein Mann für zentral, für das offensive Mittelfeld mit einer Menge Spielwitz. Nur da sind auch so Spieler, die nicht die Chance bei uns bekommen haben, damals richtig stark in der U23 gewesen. Und ja, wo man vielleicht jetzt den doch mal lieber zurückholen sollte, bevor der wieder im nächsten Klub dann voll durchstartet in der 2. Liga. Ja, also Heidenheim soll ja auch an ihm dran sein. Wenn er zu Heidenheim geht, Heidenheim hat die Klasse. Ich kann mir bei dem auch vorstellen, dass er dann auf einmal in der Bundesliga so ähnlich wie Kleindienst auf einmal komplett auftritt und dann da auch wieder seine 10, 15 Scorer macht, weil wenn man darauf guckt, was er aktuell in der 3. Liga macht, was ja auch nur eine Liga unter uns aktuell ist, da hat er aktuell 8 Tore, 12 Vorlagen, also insgesamt 20 Scorer in 30 Spielen. Das ist halt auch wirklich sehr, sehr stark, muss man mal sagen. Ich glaube auch, dass er bei uns in der Saison definitiv eine Hilfe gewesen wäre und mehr beigesteuert hätte, als es einige andere Spieler bei uns getan haben. Wenn du das vielleicht mal ein bisschen umrechnest auf die 2. Liga, macht er vielleicht nicht 20 Scorer, aber macht vielleicht trotzdem seine 10 Scorer und das wäre ja auch schon extrem hilfreich gewesen. Das würde ihm schon weiterhelfen. Genau. Also wenn du den wirklich für 500.000 bekommen kannst, solltest du da wirklich ganz stark drüber nachdenken. Wenn er auch daran interessiert wäre, zurückzukommen, weil er sich ja, glaube ich, sehr, sehr gut identifizieren konnte mit Schalke. Ja, ja, der liebt Schalke. Ich glaube schon, das ist ähnlich auch wie beim Becker oder so. Das sind so Spieler, die würden, glaube ich, sehr, sehr gerne hier nochmal spielen und sind auch Fans des Vereins. Und ja, würde mir mega wünschen, dass man da zumindest mal mit ihm spricht und da mal guckt, ob es da eine Möglichkeit gibt, so einen Spieler zurückzuholen. Ja, dann lasst uns das Thema mal zumachen und dann zum letzten Thema kommen, bevor wir zum Spiel kommen, zum nächsten Gegner Düsseldorf. Es soll wohl einen Führungswechsel geben bei uns in der Kabine, so einen schleichenden Prozess. Das wird in den Medien berichtet, hier zum Beispiel die Ruhe-Nachrichten. Marius Müller ist zu einem Führungsspieler aufgestiegen. Auch Kenan Karamann soll das sein. Thomas Kalasch soll sich auch unentbehrlich gemacht haben. Und andere Spieler, gerade diese aus dem Aufstiegskader damals, die sollen mittlerweile komplett den Einfluss verloren haben. Ja, wie siehst du das Ganze? Also ich finde es grundlegend erstmal richtig, dass Leute, die Leistung zeigen, auch tendenziell viel zu sagen haben, weil einfach du dich an solchen Leuten auch natürlich hochziehen musst. Du musst darauf schauen, wer bringt aktuell Leistung, ob dessen Meinung, Einschätzung kannst du auch vertrauen. Wenn er zum Beispiel jetzt aktuell in Karamann hingeht zu einem Kiki-Top und dem Tipps geben will, wie er abschließen hat, hilft ihm das, glaube ich, aktuell leider mehr, als wenn es Terodde tut. Auch wenn Terodde wirklich ein super Typ ist und auch sehr viele Tore in der zweiten Liga geschossen hat, ist Karamann aktuell für sowas zum Beispiel der bessere Ansprechpartner. Und dementsprechend ist natürlich auch klar, dass solche Spieler dann an Relevanz gewinnen und im Team einfach mehr zu sagen haben. Und das finde ich auch genau richtig. Du solltest trotzdem jetzt nicht anfangen zu sagen, okay, der Simon Torrall hat keine Ahnung mehr, was er uns erzählt. Er ist trotzdem noch der Kapitän und er ist auch ein wichtiger Typ für den Verein. Und vor allem für die jungen Spieler wie Kiki-Top auch immer noch wichtig. Aber es ist trotzdem wichtig, dass auch neue Leute, die gute Leistungen bringen, reinrutschen und in diese Rolle auch reinwachsen können. Das wäre jetzt auch schlecht, wenn jetzt auf einmal Karamann der wichtigste Mann im Kabinentrakt wäre, wenn er da jetzt wirklich, keine Ahnung, die wichtigste Person wäre, mit der alle darüber reden wollen, wie man jetzt aktuell zu spielen hat. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass diese Leute, die Leistung zeigen, auch einfach deutlich nochmal mehr reinrutschen in diesen Mannschaftskreis, der eben den anderen Spielern auch hilft. Ja, also ich habe selber in einer Mannschaft gespielt und ich habe immer es gehasst, wenn jetzt ein älterer oder ein Führungsspieler das Maul aufgemacht hat, aber keine Leistung gebracht hat. Ich habe, das haben auch sehr, sehr viele andere in der Kabine nie gemocht, wenn da Leute sich selbst als Führungsspieler aufgespielt haben, die keine Leistung gebracht haben. Du musst als Führungsspieler auch Leistung auf den Platz bringen, sonst bist du kein Führungsspieler. Und dass dann so Spieler wie Müller, der uns jedes Mal den Arsch rettet, oder ein Karamann, der super viele Tore gemacht hat und auch Vorlagen beigesteuert hat, oder auch ein Kalasch, der jetzt hinten drin wirklich alle Zweikämpfe gewinnt, dass die aufsteigen, finde ich total richtig. Und das ist auch eine normale Entwicklung und das sind auch alles ältere Spieler, die aber mit Leistung vorangehen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ich glaube, Toro, der wird auch gar keiner von denen sein, der jetzt wirklich eine Relevanz verliert, vielleicht leicht, aber der ist ja trotzdem jetzt kein Spieler, der überhaupt gar keine Leistung zeigt. Er ist natürlich nicht so in Form und in Fahrt, wie er es vor zwei Jahren war, das ist völlig klar. Da ist ein Karamann definitiv aktuell deutlich besser und zeigt auch mehr Leistung. Aber für einen 35-, 36-jährigen Stürmer ist es immer noch ein sehr wichtiger Impact, den er für uns hat. Und ich glaube, dass da eher Leute an Relevanz verlieren, wie zum Beispiel Kaminski, der wirklich nicht mehr die allerbesten Leistungen zeigt, obwohl es jetzt in den letzten Spielen teilweise in Ordnung war. Dass auch ein Tcholi noch nicht mehr so viel zu sagen haben wird, auch wenn er gerade erst wieder frisch dazugekommen ist, war ja, glaube ich, eingeplant als einer derjenigen, der vielleicht auch mal ein bisschen vorangeht, weil er Schalke ja auch sehr doll im Herzen trägt, dafür extra zurückgekommen ist. Ich glaube, solche Spieler werden da ein bisschen mehr an Relevanz verlieren, als jetzt zum Beispiel Torodde tut. Ich glaube, der wird da trotzdem immer noch sehr im Fokus sein, aber eben auch ein bisschen an Relevanz verlieren, dadurch, dass eben neue dazurücken und nicht mehr ganz so im Rampenlicht stehen, denke ich. Ja, wichtig ist für mich auch immer, wie geht der Spieler mit seiner neuen Rolle um? Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, Torodde, du bist jetzt vielleicht eher mal ein Backup, der ist ja jetzt gerade Kapitän, aber vielleicht ist jetzt gerade ein Kick getoppt und ein Karmann im Sturm wertvoller und wenn er Assan wiederkommt, willst du den vielleicht mal auf die Zehn packen, dass er das dann quasi akzeptiert, okay, da sind gerade ein paar Spieler, die sind gerade besser in Form, besser drauf und da muss man auch für die Mannschaft dann sagen, okay, dann bringe ich meine Leistung so als Joker, auch ein Thomas Müller, der vielleicht in der Nationalmannschaft jetzt nicht mehr Stamm spielt, aber eine riesen Karriere hingelegt hat, vielleicht jetzt auch langsam bei Bayern nicht mehr Stamm spielt, der akzeptiert ja auch seine Rolle, wenn er mal von der Bank kommt, und solche Leute brauchst du halt, wenn die älter sind, wenn die Führungsspieler gewesen sind und eine mal gute Karriere haben und du brauchst aber nicht so Spieler, die quasi den Weg zu machen, nach oben zu gehen, indem die quasi politisch irgendwie die jungen Spieler unten halten, da gab es ja auch mal so ein scheinbares Gerücht, was am Laufen ist von unserem Maulwurf, dass der Seguin sich für die jungen Spieler eingesetzt hätte in dieser Mannschaftssitzung und wenn du da Leute aus der Aufstiegsmannschaft dabei hast, die sich auch ständig in die Start-App irgendwie reinreden wollen, aber mit Leistung nicht vorangehen, dann passt das nicht und ich hoffe, dass die Leute, die nicht ihrer Rolle bewusst sind, wenn die nicht mit Leistung vorangehen, wenn die nicht sagen können, okay, ich gehe auf die Bank, dann hoffe ich, dass wir uns da im Sommer von denen trennen, weil die brauchen wir nicht und ich finde, wir müssen um jetzt Müller, Kalasch, Karaman, Aune Mörkin und so weiter und so fort müssen wir jetzt eine Mannschaft bilden, Aune Seguin von mir aus und Aune Schallenberg können da genannt werden und die anderen vielleicht, die jetzt aus der Aufstiegsmannschaft eine wichtige Rolle gespielt haben, auch verdiente Spieler gewesen sind, die sollten sich dann eher mit der Backup-Rolle vergnügen, wenn die noch bei uns bleiben wollen oder aber sollten sich einen neuen Verein suchen, was ja auch vollkommen okay ist, aber das haben wir jetzt die ganze Saison so gesehen und auch zum Beispiel in Fährmann auf der Torwartposition, Müller ist da ganz klar gesetzt, Hegerin wird für mich die Nummer zwei sein und Fährmann ist dann auf der Tribüne. Er hat zuletzt noch in der Bundesliga und auch in der Zweinliga gespielt, wenn er da lieber spielen möchte, dann muss er sich einen neuen Verein suchen. Da können wir auch die ganzen Positionen durchgehen, wird ja eben einen großen Umbruch geben, aber das muss passieren, um dann diese Kabine, um da eine neue Energie reinzukriegen, um da die alten Momente, alten Erinnerungen, auch diese ganze Negativität da rauszukriegen und dann neu anfangen zu starten in der neuen Saison. Ja, bin ich voll bei dir. Okay, dann haben wir das Thema auch abgehakt und kommen tatsächlich zum letzten Thema. Ich hoffe, dass wir unter der Halbzeit bleiben. Nicht ganz, glaube ich, aber wir sind zumindest deutlich schneller als sonst, also das muss man schon sagen. Ja, und da kommen wir zum Spiel gegen Düsseldorf. Wollen wir mit der Ausstellung reingehen, wie wir starten wollen. Und man muss sagen, Mürkin sieht leider schlecht aus. Sieht aus, dass er da verletzt ist. Ansonsten, ja, kommt einer zurück? Hast du da jemanden auf dem Zettel? Oder wie sieht es da aus? Also ich habe jetzt noch nicht so viel gehört von Leuten, die eventuell zurückkommen können. Deswegen, es wird spannend zu sehen. Da wisst ihr wahrscheinlich dann auch schon in den folgenden Tagen ein bisschen mehr, als wir jetzt aktuell. Wer zurückkommt, also Brunner wäre wahrscheinlich noch eine Option, die vielleicht zurückkommen könnte. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genaueres. Quidra Ogo hört man jetzt auch bisher noch nicht so viel von, ob der vielleicht zurückkommen könnte. Wir können ja so ein bisschen sagen, was unsere erste Alternative wäre, wenn fit. Und ansonsten dann eine Option, die auf jeden Fall fit ist. Aber ja, genau, Mürkin, wie du gerade schon gesagt hast, scheint wohl leider keine Option zu sein. Der ist jetzt wohl jetzt erstmal leider raus. Sehr, sehr bitter für uns. Ist ja auch im letzten Spiel dann zur Halbzeit rausgegangen. Der war ja einer der wichtigen Säulen im Team und der kann jetzt leider nicht spielen. Das heißt, da müssen wir uns auf jeden Fall schon mal was Neues überlegen. Ich denke mal, Torwart wird bleiben und dann können wir auch die Außenverteidiger direkt schon mal gucken, wo es beides spannend wird. Ich glaube, links würde ich dann tatsächlich nochmal mit Oveon probieren. Würde ich auch. Aufgrund von mangelnder Alternative wahrscheinlich. Wir würden jetzt jetzt links aktuell hinstellen, außer Aureon, wenn Mürkin nicht fit ist. Ja, also so Experimente wie Matriciani oder so würde ich sagen. Oder Moor. Oder Moor auch auf gar keinen Fall. Oveon hat es ja auch, sag ich mal, defensiv ganz gut gemacht auf seiner Position. Ich fand, in den Zweikämpfen war er immer präsent und ist ja auch gelernter Linksverteidiger. Ja, das würde ich machen. Könnte uns auch vielleicht gut tun, da nochmal offensiv über Außen zu kommen. Und auf der anderen Seite würde ich dann tatsächlich Van der Sloot bringen, weil Zopi war ich echt unzufrieden. Der muss erst mal Fitness aufbauen und Matriciani, nee, da lieber einen frischen Wind mit Van der Sloot, der ja auch zuletzt immer wieder Einsätze bekommen hat. Der da auch scheinbar näher dran ist, als auch der Matriciani gerade. Ja, also Zopi hat auch vom Kicker die schlechteste Note auf dem Platz bekommen. Völlig zu Recht. Bin da 5,0 rausgegangen. Das zweitschlechteste war dann Kabadai und, nee, stopp, Kaminski war mit einer 4,5 auch nochmal schlechter als Kabadai, Möken und Torodde. Aber Zopi hat man schon gemerkt, der ist von der Leistung her nochmal im Vergleich zu allen anderen deutlich abgefallen. Also ich finde, da hätte man auch eher über eine 5,5, 6,0 nachdenken können, weil das wirklich überhaupt nichts von ihm war. Deswegen, den will ich auch nicht sehen. Kam mir aber vorstellt, dass vielleicht Gerrits wieder den Gedanken hat, ja gut, das war das erste Spiel nach seiner Verletzung. Vielleicht fängt er sich jetzt, das kann auch alles sein. Aber du kannst jetzt eigentlich gegen Düsseldorf nicht so ein Experiment machen. Ich finde, Zopi ist eher einer, der offensiv, wenn er fit ist, seine Akzente setzt und defensiv eher okay ist. Deswegen, wenn Brunner fit ist, muss er auf jeden Fall spielen. Das ist, glaube ich, auch bei dir. Voraufwand hast du wahrscheinlich nochmal gesetzt. Aber da wir jetzt beide wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass Brunner nicht fit sein wird, bin ich auch bei dir, wird auch Wandersdod aufstellen. Bin da aber wirklich gespannt, weil da kann wirklich einiges passieren, weil du einfach so viele Optionen hast. Wir haben halt auf der rechten Verteidigerposition so zwei, ja, zwei Spieler, die eigentlich verletzt sind, so, ne? Oder die unfit sind, so mit dem Brunner, der, wenn er mal spielt, dann nach 60 Minuten verletzt runter muss. Oder Zopi, der nur Luft hat für 20 Minuten, weil er total unfit ist. Und ja, da würde ich vielleicht dann den fitten Wandersdod einfach mal durchspielen lassen. Ich glaube wirklich auch bei Brunner, dass er so einen Würfel hat von Zahlen 46 bis 90 und dann würfelt er einfach in der Halbzeit immer die Zahl aus, wo er dann auf einmal einen Kampf hat und raus muss. Weil das ist ja wirklich beeindruckend. Also der ist ja wirklich echt gut jetzt wieder geworden in den letzten Spielen, aber wirklich, ich habe gefühlt noch kein Spiel von dem in der Rückrunde jetzt gesehen, wo der nicht dann auf einmal irgendwie Wehchen hatte, wo er dann doch nochmal früher raus musste. Aber er ist defensiv immer der sicherste und wenn er wieder fit sein sollte, dann muss er spielen. Aber ansonsten ist Van der Sto, glaube ich auch, weil er einfach so unauffällig ist, die beste Option fürs Spiel gegen Bissildorf. Okay, dann Innenverteidigung bleibe ich bei Kalasch natürlich und ich würde dann Schallenberg nochmal auf Innenverteidiger packen, weil Kaminski mir nicht so gefallen hat. Ja, bin ich voll bei dir. Also vor dem letzten Spiel war es völlig in Ordnung, haben wir ja auch so aufgestellt, dass Kaminski gespielt hat, aber er war beim Gegentor wieder entscheidend beteiligt, war mir auch ein bisschen zu unruhig im Spiel wieder, hat auf mich auch wieder so eine andere Aura gehabt als in den letzten Spielen, wo er wirklich gezeigt hat, dass er es eigentlich kann. Deswegen, ich würde auch Schallenberg aufstellen, dann hast du Kaminski auf der Bank, falls irgendwer sich wieder verletzen sollte, aber ich denke, mit Schallenberg fährst du da einfach am besten, auch aufgrund dessen, dass du im Mittelfeld einfach mit Seguin auf der 6 finde ich nochmal besser aufgestellt bist als auf der 8, weil er dieser 6 jetzt einfach wirklich in der Saison ein bisschen mehr an sein Spiel etablieren konnte, da er jetzt wirklich sich richtig gut eingespielt hatte. Deswegen hätte ich ihn auch gerne wieder auf der 6. Deswegen passt das für mich eigentlich sowieso ganz gut, Schallenberg zurückzuziehen. Ich meine, möglicherweise haben wir noch Cissé, aber der hat ja zuletzt ja auch nicht gespielt, deswegen bin ich da mal abgesehen davon. Seguin auf der 6 sind wir uns glaube ich einig. Genau. Ich glaube dadurch, dass Schallenberg dann wieder in die Innenverteidigung rotiert, hat der Terodde das Glück vorne drinnen, dass der Kabadai da abgezogen wird und dann muss man ihn ja quasi als Achter spielen, weil ja auch Owean auf der anderen Seite quasi fehlt. Aber wenn man, ich sage mal, Karaman auf der 10 ist ja auch irgendwo gesetzt, dann hast du vorne Terodde top, weil, außer du willst den Lasma aufstellen und dann wäre die Frage, wen spielt es dann anstatt Owean? Das ist wirklich eine sehr interessante Frage, also auch allgemein. Ich glaube, wenn jetzt alle fit wären, dann würde man auch darüber diskutieren, ob Kabadai vielleicht nicht spielt, aber einfach aufgrund von mangelnden Alternativen wird er schon spielen und ich glaube auch Gerard ist einfach ein Fan von seiner Spielweise. Wenn er einen guten Tag hat, ist er auch ein Unterschiedsspieler teilweise schon gewesen, deswegen ist es auch, finde ich, in Ordnung. Du kannst ihm auf jeden Fall die Chance wieder von Anfang an geben, weil du einfach keine anderen Alternativen hast. Er braucht auch Spielzeit, also wenn du den kaufen willst, dann muss der jetzt auch ein bisschen spielen. Und wenn er wieder nicht funktionieren sollte, hast du immer noch die Möglichkeit, ihn in der Halbzeit auszuwechseln, weil wir haben jetzt ja im letzten Spiel gelernt, das kann Gerard ja sogar, er kann ja in der Halbzeit beim Spieleraus wechseln. Ist jetzt natürlich nur die Frage, ob es mit der Verletzung zu tun hatte oder ob es wirklich an der Reizung von Möken lag, weil er ja auch wirklich in dem Spiel ausnahmsweise mal nicht so gut war. Aber kommen wir zum Mittelfeld. Ich würde Kabadai auch so oder so aufstellen und würde dann schauen, ob Uedra Ogo fit ist. Wenn er fit ist, würde ich ihn aufstellen. Egal, ob es jetzt für 90% Fitness oder für 100% Fitness reicht, er muss spielen. Du hast auch nicht mehr so viele Spiele mit ihm, deswegen nutze es noch. Und ja, ansonsten, wenn er nicht fit ist, wird es spannend. Also so viele Alternativen haben wir ja gar nicht. Wir hatten jetzt im letzten Spiel Tempelmann, Idrissi und Cholinov auf der Bank, die die Position bisher in der Saison ab und zu gespielt haben. Und da fällt einem ja eigentlich keiner wirklich ins Auge, wo man sagt, wer hat es gut gemacht. Deswegen... Das ist das, ne? Ich meine, Tempelmann, wie lange ist der schon raus? Wann hat er das letzte Spiel für uns gemacht? Das muss schon ewig her sein. Das ist schon wirklich lang her. Und wenn, dann waren es auch noch ganz wenige Minuten. Zehn Minuten gegen wen? Ja. Ansonsten hat er zwei Einwechslungen noch gehabt gegen ganz am Anfang der Rückrunde gegen Hamburger SV und lauter. Der kommt in der gesamten Rückrunde auf nicht mal 90 Minuten. Das ist wirklich Wahnsinn. Also nachdem man da so Hoffnungen bei ihm hatte, ist er jetzt wirklich komplett abgeflacht. Und ich würde ihn auch nicht direkt reinschmeißen. Also das ist auch aufgrund der Spielpraxis glaube ich keine gute Idee. Ich denke, es würde am Ende, wenn Widerogo nicht für das Idrissi werden, weil er auch noch am meisten Spielzeit gesehen hatte, zusammen mit Chodinov. Aber es ist wirklich ganz schwierig. Also ich glaube, ich würde sogar... Ja, es ist echt schwer aufzustellen. Einfach, ich würde am liebsten Chodinov spielen lassen, aber dann musst du das System auch wieder so umstellen, dass Chodinov nicht diese Achterrolle spielt, weil die kann er nicht. Das hat man auch gemerkt. Er ist da zu viel defensiv unterwegs, er muss offensiver spielen. Dann ist aber halt die Frage, wie willst du das wirklich dann taktisch aufstellen? Weil da bist du wirklich viel zu offensiv mit fünf Offensivspielern auf dem Platz. Da kannst du dann auch nicht anfangen, keine Ahnung, Karaman auf die Sechs zu packen. Das funktioniert ja nicht. Deswegen, ich denke, am Ende wird es Idrissi werden. Was meinst du? Boah, sehr, sehr schwer. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Chodinov aus den letzten vier Spielen 23 Minuten gespielt insgesamt und Idrissi aus den letzten vier Spielen 19 Minuten gespielt. Ja, okay, nimmt sich nicht viel. Ja, also sehr, sehr wenig Spielzeit. Hoffen wir, dass Uedra umgefit ist. Beide, obwohl die eingewechselt wurden, auch nicht besonders stark. Ich gehe tatsächlich mal mit Tempelmann nochmal rein. Keine Ahnung. Also, ja, keine Ahnung, weil, weiß es nicht. Tempelmann ist eigentlich, ne, Latza. Nein, hat echt Spaß. Also, das wäre jetzt wirklich auch sehr, sehr aus dem Nichts, wenn ich jetzt auch mal Latza spielen würde. Aber weil, boah, wenn man, ich überlege so, was gibt uns der Spieler? Ich denke mir, ein Chulinov würde zu offensiv sein, der würde wenig mit nach hinten arbeiten, ähm, der würde wenig Kreativität reinbringen, aber vielleicht hier und da mal mit einem Dribbling überzeugen, ist aber zuletzt sehr, sehr unsichtbar gewesen. So, was gibt dir ein Idrisi? Der hatte in den letzten Spielen wirklich Fehlpässe nach Fehlpässe nach Fehlpästen, so, ähm, der ist defensiv jetzt auch kein Monster, aber defensiv stärker wie ein Chulinov, ähm, ja, und ist gerade auch nicht in Form, würde ich sagen, so, wenn, wenn er einen guten Tag hat, kann er aber einen guten Pass spielen und vielleicht ja den Kickle Top irgendwie einsetzen oder ein, ähm, Terodde. und ein, ähm, Tempelmann gibt ja eigentlich den perfekten Box-to-Box-Spieler, wenn er fit ist und wenn er in Top-in-Form ist. Ähm, nur er hat halt... Ist mir gerade noch in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, aber es ist zumindest was, über das man reden kann. Ja. Ähm, einfach vielleicht Zoppi nach vorne ziehen, wo er eh offensiv eher seine Stärken hat, dann spielst du ihn als rechten, ähm, Box-to-Box-Mittelfeld- , äh, Flügelachter und kannst da vielleicht seine offensiven Stärken ein bisschen besser ausspielen, wo er defensiv nicht so viel kaputt machen kann. Wenn du Thunderstloth eh hinten rechts hast, können die sich vielleicht auch ein bisschen abwechseln, so ähnlich wie es Arian und Merkin links gemacht haben. Wäre vielleicht auch eine Idee, über die man nachdenken könnte, dann würdest du Kabardani über links spielen. Oder du ziehst aus der U23 den Amadin hoch in das Spiel. Würde auch gehen, aber ich denke nicht, dass man den jetzt einfach in so einem Spiel gegen Düsseldorf direkt jetzt reinwerfen wird. Ob man das machen sollte, ist auch nochmal eine andere Frage. Vor allem, wenn du noch Thunderstloth auch noch quasi dann startest, ne? Ja, ich sag mal, Tempelmann, was ist dein Tipp? Ich glaube, es wird IDC werden. Aber ich hoffe sehr, sehr stark darauf, dass, glaube ich, das Wichtigste für das Spiel wird sein, dass Uedra Ogo irgendwie noch fit wird. Weil damit hätte es auf jeden Fall deutlich mehr Power im Mittelfeld. Erhoffst du Idrissi? Oder ist das dein Tipp? Ich glaube, dass er spielen wird. Was ich hoffe, ist auf jeden Fall Uedra Ogo. Aber ich kann wirklich bei den Spielern, die zu Hause stehen, jetzt keine Hoffnung abgeben, weil alle drei, beziehungsweise auch Zoppi, werden alle Glücksfälle, wenn sie dann auf einmal doch funktionieren sollten. Am liebsten sehen würde ich Cholinov, aber ich sehe bei ihm aktuell nicht, dass er gut spielt. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht sagen, dass es meine Wunschlösung wäre. Deswegen, ich glaube, es wird IDC. Ich hoffe auf Uedra Ogo und ansonsten ist es mir eigentlich egal. Okay, dann gehen wir noch mit dem Tipp hier raus. Ich habe, ich tippe auf ein 2 zu 2. Hohre macht Karamann und Kalasch. Ja, okay, okay, gewagter Tipp. Der hat ja noch bisher kein Tor gemacht, soweit ich weiß. Oder hat er 1 zu 1 für Schalke, Heimsieg. Damit ist dann die Klasse mehr oder weniger gehalten und Tore werden beide von Karamann erzielt. Der macht einen Doppelpack. Heimspiele sind ja genau sein Gebiet und ich glaube, der macht jetzt auch mal ein doppeltes Tor. Kalasch gegen Düsseldorf den Treffer gemacht. Oh, ja, da hast du aber wirklich ein super Spiel rausgesucht, um den Tipp abzugeben wieder. Ja, ich freue mich schon wieder auf den Schalke-Corner-Reel, was dann gepostet wird. Schauen wir mal. Ja, dann sind wir auch zum Ende angekommen, sind tatsächlich bei den 45 Minuten, wenn wir jetzt schnell abmoderieren. Von daher, ja, mit Nachspielzeit auf jeden Fall eine Halbzeit hier fertig. Schreibt mal rein, wie fandet ihr es, so eine verkürzte Ausgabe mal zu haben oder sollen wir wieder in Überlänge Herr-der-Ringe-Theologie mäßig dann beim nächsten Mal wieder am Start sein? Schreibt mal rein und dann würde ich sagen, ja, folgt rein, bewertet den Podcast und dann sehen wir uns mit einem guten Spiel hoffentlich nach Düsseldorf wieder. Bis dahin, schöne Woche, Glück auch.